Herzlich Willkommen bei die Mathe-Experten. Heute erklären wir euch die Sache, ich nenne mit Geld. Herr Zwick geht mit zwei Kindern, Tim und Lea, ins Aquarium. Wie viel Geld kostet das, Sarah? Also, die Erwachsenen müssen 12,50 Euro zahlen und die Kinder 8,75 Euro. Und dann rechnet man 12,50 Euro plus 8,75 Euro. Und weil es zwei Kinder sind, 2 mal die 8,75 Euro. Und man rechnet 0 plus 5 und plus 5 sind 10. Und 1 plus 7 sind 8 und 8 plus 7 sind 15 und plus 5 sind 20. Genau. Und 2 plus 8 sind 10 und dann rechnet man 10 plus 8 sind 18 und plus 2 sind 20. Und 1 plus 2 sind 3 und dann müssen sie insgesamt 30 Euro zahlen. Tschüss, bis bald bei den Mathe-Experten. Tschüss.